Egal ob Bio oder Konventionelle sehr kämpfen mit dem Preis, wie sie das schaffen, dass sie den Hof erneuern können, nicht nur erhalten, sondern nicht nur von der Substanz leben, sondern auch, dass man investieren kann, was neu machen, wo man sagt, da kann man leben. Und das ist in der Landwirtschaft überall das Schwierige, weil drum sind auch viele bewussten Hektar zupachten und die Fläche können wir nicht vermehren. Hallo, grüß euch gut miteinander. Ihr seht, da schneide ich gerade jetzt den finalen Entschluss einer neuen CryptTV-Serie. Das hat immer gefreut sind, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal habe ich in einer alten Fundbox wieder einmal rumgekramt, machen wir sozusagen ein Re-Up, was damals 2017 im Bindenmarkt beim Medienfestival von Radio OptiDoc ausgestrahlt wurde. Und wie gesagt, ich bin von Klaus Geitzel eingeladen worden, da zu filmen und mir gefällt das Konzept, was er hat, weil er da Menschen, die was gute Ideen für die Gesellschaft haben, für das Allgemeinwohl aller, aber auch Menschen, die vielleicht ein paar Probleme haben oder Sorgen, vielleicht Hilfe brauchen, das dann. Und da ist eben auch an dem Tag der Martin Weisinger da gewesen, das war so ein Biobauer aus Frankenreit, der Franz Leopold Hinderdorfer, das ist auch ein interessanter Mensch, den habe ich damals auch im Bindenmarkt, damals 2017 kennengelernt bei diesem Medienfestival hier. Und jedenfalls interviewt der Franz Leopold Hinderdorfer, da den Martin Weisinger über Biobauern, und da hört man tolle Tipps raus über Biobauern, aber größtenteils sieht man schon, dass der Bauer es eher schwer hat und viel Sorgen hat und da um Hilfe bittet. Aber ich kenne mich da nicht sehr gut aus, darum habe ich immer gedacht, ja, zu dürfen bin ich natürlich auch immer eigenverantwortlich, keine Ideen und so Sachen kundtun und hier nochmal so ein Beispiel über Biobauern und ihr neues Sorgen. Und den Abspann nachher, kurz beim Abspann sehen muss man kurz nochmal wieder. Okay dann, ich hoffe, ihr interessiert euch für den Beitrag für den Tanz-Biobauern-Satz und schreibt es vielleicht da unten in die Kommentare eure Ideen und Hilfetipps und für Hilfe, wie wir sicher Bauer wie ihn. Und gehört keinem ans Best, nicht zu Anflaggen, sondern einfach, das ist ein Heiliger Hörbuch. Okay dann, bis gleich dann zum Anflaggen. Grüßtl. Hallo? Ja, okay. Ja, guten Morgen an alle Zuhörer und die, die hier sind. Ich bin natürlich erstaunt, wie die Veranstaltung abgeht, aber ich war gestern schon hier, war ganz interessant von den Leuten her und ja, ich freue mich schon, wenn mir Franz Leopold die Fragen stellt und ich werde sie mit gutem Gewissen beantworten, was ich halt weiß, weil ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich erzähle aus deinem Leben und nicht, weil ich was auswendig gerne nehme. Ja, grüß dich, Martin. Wir sind Freunde und das, was hier ist, auf der Bühne, du bist ja nicht bewandert mit Menschen, das so zu kommunizieren, ein Forderige zu machen, aber es ist ein Teil deiner Aufgabe, das Wissen über Biolandwirtschaft, über Landwirtschaft, über Landwirtschaftspflege, altes Wissen wieder verfügbar zu machen und ich werde dich diese Dreiviertelstunde begleiten mit Fragen, was die Menschen haben können, was wir haben, was ich weiß von deinem Leben, damit du ein Bild zeichnen kannst für die Menschen, was gerade abläuft, was passiert und wie die Landwirtschaft, ob sie jetzt bio ist oder konventionell, das sind ja nur Worte von Firmen geschaffen, die einen Vorteil daraus beziehen, aber ein richtiger Landwirt muss das Land verstehen, muss die Zeichen der Natur lesen können. Meine Frage an dich, die erste Frage ist gleich, wie ist dein Bezug zu den Natur, zu den Feldern, zu den Tieren, was du hast und was ist für dich dieser Inhalt, was du machst, wenn du das Gefühl und das Gespür hast, etwas zu machen. Für mich ist mal wichtig, dass man den Bezug zum Boden, zu den Tieren herstellt, nicht nur industriell, das macht natürlich auch, aber mir ist wichtig, man hat den Bezug. Heute in der Früh war ich Schwäne füttern, habe noch Gras gemäht, weil in dem Gras ist so viel Eiweiß drinnen, was die Schwäne so schmeckt. In der Früh hast du gesagt, um welche Uhrzeit? Ja, ich habe auch gewählt, dass ich nicht mehr so, ich bin kein Frühaufsteher, aber wenn ich was vorbe, dass ich meine Tiere versorge und mit gutem Gewissen, dass es ihnen gut geht. Und man sieht das, wenn es den Leuten gut geht und auch den Tieren. Eine Frage dazu, du hast gesagt, in der Früh die Uhrzeit, und warum mäht man da in der Früh das groß frisch, oder was ist da drinnen, wenn es so zeitig ist? Drinnen ist das Gleiche, aber es geht darum, ich mähe das Glas mit der Sense, und in der Früh ist das da und da kann man besser mähen und in dem Gras ist das Eiweiß, wenn das Glas frisch gemäht ist, ist das Eiweiß drinnen, was nur in Gras drinnen ist und in keinem Kartoffeln und in keinem Getreide und darum schmeckt das so die Schwäne und wie soll man sagen, man sieht einfach, die gehen los drauf und stürzen sich drauf, dass es ist ganz interessant zu anschauen und schmatzen und alles und dann sieht man einfach, dass es ihnen gut geht. Die schmatzen von den Schwänen, dadurch hat man das Gefühl, dass sie glücklich sind, oder? Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie glücklich sind und dass ihnen gut geht, weil man muss ja sagen, jeder hat den Bereich, auch die Tiere in den Rahmen, was ist Glück, was ist gut, das ist ja für jeden ganz was anderes. Deine Schwäne, was ich weiß, sind ja auch Gerossen, erzähl ein bisschen was, wie du das gemacht hast und wie schwierig das war für dich, dass du auch diese Schwäne bekommst, was du für deine Zertifizierung da benötigst, wie viele Züchter oder was immer da ist, gibt das und wie heikel ist diese Welt, wenn man dieses Zertifikat hat. Ja, das ist natürlich, ich muss ja sagen, Bio-Landwirtschaft umstellen, hört sich alles gut und schön an, aber du musst auf der Kammer beantragen, das muss mit der Armarktaustür abgesegnet werden, dann musst du eine Kontrollstelle, kannst du die aussuchen, Gott sei Dank, dann musst du alle die Auslagen, die Schweine brauchen, da sind die Quadratmeter vorgeschrieben, bei den Hühnern ist das genau dasselbe, bei den Kühen, auch Kühe habe ich nicht mehr, weil mir ist das so zeitaufwendig, was der Erlös ist, weil da ist man sehr gebunden, das muss man wollen und bei uns in Deutschland ist das auch so, wenn die Tiere freilaufen, wenn man sie auf der Weile hat und büchsen man aus, dann sind die Leute sehr grob zu ihnen und bis zu ihnen zeigen und da muss die Versicherung zahlen, weil die Kühe halt mal raus sind und das ist, ob das jeder will, ich mag das nicht, wenn man von außen gehänselt wird und sagt, ja, sperr deine Kühe in und wenn aber der Trieb für die Tiere ist, wie willst du denn zähmen, weil Strom war drin, aber wenn die Kühe in der Fruchtbarkeit werden, dann brauchst du nur Leute anschauen, wenn die in ihrem Trieb sind, wie willst du die halten? Wir haben die Eigenschaft, dass wir alles kontrollieren möchten und wollen und warum wollen wir das kontrollieren, damit wir wissen, was dort passiert und dass ich mir das zulassen kann, was ich möchte. Den Wissen oder deine Erfahrung, was wird zulassen und was wird nicht zulassen. Das, was mir widerfährt ist, wenn es wird das zugelassen, wo die Leute das denken, was in dem Rahmen ist. Wenn die Leute das absägen, okay, das ist genehmigt, das passt, das wird zugelassen. Meine Schwäne müssen zum Beispiel einen Auslauf haben, dann habe ich so gerichtet, neben den Stall, die können rein und raus gehen, wann sie wollen und das ist gut, weil sie in der Sonne recht heiß sind. Die Schwäne haben Sonnenbrand bekommen und da haben sie schon gelernt, in der Früh ist Schatten, da gehen sie raus und mittags gehen sie nicht mehr raus, weil da wollen sie auch in Schatten sein, weil sie haben Sonnengebranke gehabt. Ich denke mir, es wird ihnen auch wehtun und darum gehen sie jetzt nicht mehr raus in der Sonne. Und letztens habe ich beobachtet, es hat geregnet, die Schweine sind in der Regen gestanden, die haben sich gefreut, weil es regnet und wenn ich in den Garten gieße, dann spritze ich sie auch mit dem Schlag ab, dass sie was haben, da springen sie und hüpfen sie und scheinbar gefällt ihnen das, weil sie auch mal geduscht werden. Na ja, sind die Schwäne auch verspillt? Auf jeden Fall. Und ich denke mir öfters, man schmeißt ja was rein, wenn man Unkraut jäht im Garten und die Schweine fahren hin und schütteln den Kopf und das ist sehr gut so anzuschauen, so drehen sich im Kreis und springen und ich denke mir, ihnen gefällt das. Also wenn man jetzt, wenn ich das nachvollziehen, das Bild, was du jetzt gezeichnet hast und ich tue das bei mir aufbereiten, früher, wenn man mit Menschen redet, was einkaufen geht und jetzt auch, wenn man redet und mit Städten spricht, die können sich ja nicht vorstellen, dass diese Schweine, so sind wie wir immer, die freuen sich, die spülen, wenn sie ein Fressen kriegen, dann schauen sie, wenn es regnet, dann genießen sie das auch, weil sie die Haut abwaschen, wenn sie einen Zahnleinbruch kriegen, sagen sie, Öl hat, da muss ich einige, man hört das nicht. Aber du als Biobauer hast dir ja die Aufgabe gestellt, Produkte herzustellen aus der Natur, mit der Natur und natürlich gehört da das Beobachten des Verhaltens von den Tieren zu, weil die Qualität, wenn das so ist, dass du das gerade sagst, war das schon wenig, aber wie ist es mit den Hühnern? Ja, die Hühner sind auch ein eigenes Kapitel, ich habe sie eingezahlt natürlich, sind in einer Graswiese, wo Bäume drinnen sind und Schatten ist und mir gefällt ein Huhn, Franz, du hast auch einen, die Scharre nehmen und sind draußen und picken den ganzen Tag. Und das Witzige ist in der Natur, wenn man Küchenabfälle den Schweinen gibt, sehen sie ganz, die stürzen sich auch drauf los. Und das Schöne ist in der Natur, was die Schwäne nicht fressen, kann ich dann in einen Kübel geben und gebe sie den Hühnern, wenn ich mit dem Kübel gehe. Die Hühner kommen in Scharen, so viele, was ich habe, 30 Hühner, und die laufen her und wenn ich den Kübel auslehrte, stürzen sie sich darauf und fressen das alles zusammen und ich denke mir, das ist ein schöner Kreislauf, weil was der Schwein nicht mehr frisst, frisst das Huhn und dann gibt es nichts mehr. Und da isst das in einem Kreislauf, wo es nachhaltig ist und dann bleibt eigentlich nichts mehr über. Und das ist das Schöne, weil alles verwertet wird. Jetzt habe ich eine Frage. Durst du Hühner selber essen für deine Hühner-Komponente? Nein, ich esse nicht meine Hühner, weil meine Hühner sind rein Legehühner, aber meine Hühner sind so lange am Hof, bis dass sie tot umfallen, bis dass sie sterben. So wie mir. Die Natur hat natürlich nicht nur die Hühner, sondern hat ein wildes Volk, sagen wir sowas, wo es Hühner gerne als Leibspeisebetonente, wie geht es dir da damit oder ist das bei dir nicht? Naja, muss ich sagen, heulgesang passt es noch. Vorgesang hat mir leider der, ich weiß nicht was für ein Tier, aber entweder ein Fuchs oder ein Marder hat mir den Hühnerstall ausgeraubt, weil wir vergessen haben, die Hühnerklappe zuzumachen, aber dann habe ich mir wieder durch einen Bekannten, einen Freund, eine elektrische Hühnerklappe gekauft, wo die Hühner sind der Schlauch, weil wenn es abend wird, wollen die in den Stall gehen, weil man sagt ja, mit den Hühnern geht man schlafen und mit den Hühnern steht man auf. Das ist, die Hühner gehen eher zeitiger in den Stall, wo es noch hell ist und stehen aber in der Früh auf. Und ich bin kein Frühaufsteller, jetzt die elektrische Hühnerklappe geht mit Lichtsensor und wenn es dunkel wird, geht die Klappe zu und es kann kein Fuchs oder kein anderes Tier rein, weil es zu ist. Natürlich kontrollieren muss man immer. Und in der Früh, wenn es hell wird, geht die Klappe auf. Es ist mit einer Spule, mit Seil, da fährt es hinauf. Es war ganz toll, mein Bruder hat mir geholfen, das zu montieren und da haben wir ein Blech gekauft, wir haben so ein Blechschieber und das muss ich erzählen, weil das ist ganz interessant, weil ich habe Mechaniker gelernt. Und da haben wir, mein Bruder kauft die Klappe, ich sage, nehm das mit von Zwettl, von Eisenhof und dann hat das nicht die Spule, das geht sehr, das ist eine Klappe, 30 mal 20 circa und die war so schwer und das hat das nicht hochgezogen, die Seilwinde, die Kleine. Sag ich, Hubert, wir müssen das Blech wägen. Er sagt, wie kommst du auf so eine Idee? Ich sage, das ist so schwer. Und dann hat das ganz schön lange gedauert, bis wir das ausgefuchst haben, weil wir eine größere Hühnerklappe haben, wie normal, dass das so funktioniert, wie es jetzt geht. Und dann muss man ganz schön düsteln und herumprobieren, bis das alles so ist, wie man es will. Und da muss ich schon sagen, jetzt schaut das schön aus. Aber bis das so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, es hat viel probieren und wieder forschen und wieder anschauen und wieder probieren und wieder beobachten, hat es ganz schön lange gedauert, dass man einen Erfolg hat. Mir ist natürlich ein bestimmtes Wort drauf gefahren, was du da gesagt hast. Das, was vielleicht untergegangen sehen könnte, aber die Menschen haben es gehört. Und zwar, du hast eigentlich eine Qualität von einem Wildtier genommen, weil das hast du ja gesagt. Weißt du es noch, was das war? Ja, entweder Fuchs oder Ausgefuchst. Ja, also das heißt, du hast es mitgeteilt, dass für dich eigentlich die Tiere, der Fuchs, natürlich extrem schlau ist. Und dann hast du gesagt, dann haben wir das ausgefuchst und dann hat es geklappt. Also ich möchte damit nur sagen, dass die Menschen auch verstehen, die Bio-Bauern oder die Alternativ-Bauern, wie es halt genannt wird, das sind ja beide Bauern. Und da ist ja kein Unterschied, das ist ja nur für unseren Staat und für die EU, das ist ja so gemacht, damit man in der Maschine drinnen ist und dass sie besser was kontrollieren können. Und natürlich Speisen und Produkte zu erzeugen und ja, was unterbringen, was man nicht unbedingt erzeugen sollte. Und dafür gibt es halt auch noch diese zwei Sparten und man kann da ein besseres Geld machen. Jetzt dazu, in der Landwirtschaft ist es ja, wenn wir den Milchpreis her, wir haben ja das jetzt alles gesehen, was da passiert ist bei dem Milchpreis. Du hast ja keine Milch, du kaufst ja Milch. Warum? Ja, warum kaufe ich die Milch? Weil ich bin ja nicht nur alleine, wo ich meinen Hof habe. Mein Bruder vertritt mich, wenn ich nicht hier bin und wir sind ja insgesamt sieben Geschwister. Aber die sieben Geschwister sind nicht am Hof. Nein, die sind nicht am Hof, aber wenn ich eine Vertretung brauche, dann helfen sie mir. Und das ist gut. Und dann entwickelt sie dich und das will ich gleich von der Landwirtschaft allgemein sehen, ob das Bio oder ein konventionelles, das ist ganz gleich. Das Problem in der Landwirtschaft ist die Leute. Früher hast du von einem Hof wie unser, der ist mit 22 Hektar, 13 Hektar Landwirtschaft und 9,5 Hektar Wald, hast du leben können. Das heißt, du hast dich finanzieren können. Heute ist das immer schwieriger, weil Maschinen, die Krankenkasse, was zu zahlen ist für den Betrieb, die Kosten, die Fixkosten, was sind, sind so gestiegen und die Preise sind in Wirklichkeit noch nicht gestiegen. Darum gibt es ja die Ausgleichsförderung. Wo die Leute, die bauen, egal ob Bio oder konventionell, sehr kämpfen mit dem Preis, wie sie das schaffen, dass sie den Hof erneuern können. Nicht nur erhalten, sondern nicht nur von der Substanz leben, sondern auch, dass man investieren kann, was neu machen, wo man sagt, da kann man leben. Und das ist in der Landwirtschaft überall das Schwierige, weil darum sind auch viele bewussten Hektar zupachten und die Fläche können wir nicht vermehren. Die wird eher weniger, weil im Tag in Österreich 22 Hektar Grund verbaut werden an landwirtschaftlichem Nutzgrund. Ja, das sind verbaute Flächen, die wird uns nur im Kopf fallen, weil das in der Landwirtschaft, nehmen wir nur euren Ort her, da sind dann die Felder, die werden asphaltiert, dann geht man heißer dazu und das Wasser wird verändert, der Grundwasser und das Baum wird verändert. Ja, das ist so und man kann auch sagen, bei uns im Waldviertel, wir haben nur einen kleinen Vorteil. Es ist nicht so attraktiv wie rund um Wien oder Linz oder die größeren Städte und das ist ein kleiner Vorteil für die Bauern, weil da ist der Grund noch nicht so teuer. Gehen wir zum Milchpreis zurück. Was wäre denn der Meinung nach ein Preis für die Milch oder Bau aus seiner Landwirtschaft, Milchlandwirtschaft, nehmen wir jetzt einmal her, nur das, dass der leben kann, sich in drei, vier Jahren so viel erwirtschaften kann, dass er einen Traktor kaufen könnte und auszahlen kann und trotzdem noch Geld für Notlösungen hat, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Damit er nicht zu krank geht und nicht abhängig ist nach einem Verwandern, die was ihn diktieren. Lassen wir die Förderung nochmal ganz weg, weil die Förderung ist eine nur Kontrolle, damit die auch nicht mehr ist. Ja, mit dem Milchpreis, das ist natürlich eigentlich, ich würde das Wort eigentlich auch nicht sagen, aber die Milch ist ein schwieriges Thema, weil ich finde einfach ein Milchbau in einer Region, wo ich alles mit einer Maschine bewirtschaften kann. Das heißt, in einer ebenen Gegend, wo sehr früh, wie zum Beispiel da runter in einem stehen, da wird er sehr oft gemäht, ich glaube, im Moment bis zu sechsmal, das ist ein Waldfeld nicht möglich. Ah, sechsmal? Erklär mir den Grund einmal. Oder erklär uns den Grund, das hat er sechsmal, man kann da nichts mehr drinnen sehen. Naja, sei dazu so, die Landwirtschaft ist ja sehr industrialisiert schon, und da darf man nicht vergessen, wenn man halt ein sehr junges Gras mäht und die Tiere füttert, da ist halt sehr viel Eiweiß drinnen. Und das Eiweiß, was im Gras drin ist, wenn das noch nicht überständig ist und alt und ausgehochsen, hast du natürlich eine hohe Milchleistung. Ob die Milch dann von der Qualität her besser ist oder nicht, das lassen wir mal. Aber auf jeden Fall ist dann so, das Gebiet, wo man oft mähen kann und wo die Flächen eben sind, wo sie mit Maschinen neues etc. machen kann, dann tust du natürlich leicht gegenüber dem Bergbau, weil was macht der Bergbau? Oskaut, der kann keinen Ockerbau nicht betreiben, weil es zu steil ist, weil es die Ehren noch schwebt, weil kein Mäder ist, so nicht hinfahren kann. Und lauter so Geschichten, darum sage ich, meiner Meinung nach, wird das nie erwähnt, es wird nur immer gesagt von der Milch, aber meiner Meinung nach ist es sehr schwierig, weil in einem Gebiet, wo es sehr bergig ist und sehr hügelig, der hat ganz mit anderen Voraussetzungen zu rechnen, wie in einer Gegend, wo es halb ist. Wie ist dann die Qualität? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bergbauern hernehme, der was halt 700, 800 Meter ist und noch höher, natürlich ist dann das Gras und das alles anders. Das heißt, es sind andere Kräuter, die Tiere essen natürlich auch was anderes oder fressen was anderes, wie unsere Sprache ist bei der Nahrungsaufnahme von den Tieren. Wenn ich da jetzt die Qualität von einem Bergbauern hernehme und die Qualität der Milch von einem Land herunter, wo es so fünf, sechs Mal gemalt wird, wie schaut es da aus? Naja, natürlich sind, man muss ja auch rechnen, in den Bergen ist ja die Bodenbeschrechenheit ganz anders, da wie, wo es flach ist. Weil, wo es meistens flach ist und die, wo es ja von der Seehöhe nicht sehr hochlingend, da ist ja ein anderer Boden, da ist ja eher alarmiger, schwangerer Boden, während die Berge, da ist ja eher mehr steuernd, eher sandig. Und darum sage ich einmal, ich kann das nicht so in einen Topf schmeißen, Milch und Milch, weil die Milch, was der in der Eman-Gäng produziert, der kann natürlich eine andere Menge produzieren, wie der in die Berge legen. Und da kannst du auch alles erweitern, weil da kann man Födergräser machen, eine Zammlung, das ist ja in die Berge nicht möglich, weil da ist ja ein Wald dazwischen und da ist ja steunig. Aber was muss dann der Bergbau von dir innen? Weil der hat ja nicht die Menge. Naja, was soll dann die Milch kosten von der Qualität her? Weil es ja, nimm einmal an, eine ganz gute Qualität, weil ja so viele verschiedene Kräuter sind, die was in kurzer Zeit viel Energie eingemessen in der Wachstum und das, was den Tieren natürlich durch die Blüte und das alles zur Verfügung steht. Ja, ich will mich einmal gar nicht zu festlegen auf den Milchpreis, aus dem Grund, weil nämlich der Milchpreis, der unserem Biomilch kostet 40 Cent, der unserem Moos 50 Cent kostet, es geht ja darum, wie der Betrieb aufgestellt ist, weil, weil ich sage einmal, ein Traktor, sage ich einmal, mit 60 PS, kostet ungefähr zwischen 35.000 und 60.000 Euro und da ist ja dann genauso, wer schreibt dann vor, was für einen Traktor muss man kaufen. Aber eines muss ich schon dazu sagen, denn die Bergbahnen sind natürlich sehr benachteiligt, weil die Maschinen für die Bergbahnen sind nur um einiges teurer als wie für den für den Flockland. Und da denke ich einmal, die Industrie kann ich einmal froh sein, dass die Bauern so einen Willen haben, das zu bewirtschaften, dass die dann mehr kaufen, wo es ja komplett, meiner Meinung nach, überdeuert ist, dass die ein Geschäft machen kann, für das, dass der die Landschaft pflegt, bewirtschaftet und dass die Industrie die Maschinen verkaufen kann. Gut, Martin, wir haben heute im öften Juni und ich habe also mitgekriegt, durch das, dass wir zwei öfter reden und dann sehe ich jetzt unser Nachbar, das ist ein konventioneller Bauer, der hat jetzt die Milchwirtschaft aufgegeben, weil er gesagt hat, es geht nicht mehr, er muss Stahl bauen, Freilassstahl bauen, das muss er machen, das er wirtschaftet, er muss auf der sicheren Seite bleiben, wenn etwas schief geht, dass er auch was zahlen kann, weil er einen Kredit nimmt sie ja nicht auf, weil er möchte sich nicht in die Abhängigkeit begeben, damit die noch auf den Fortschritten können, was ist. Und was ist da die Frage? Was sagst du dazu? Ja, wie ein paar Konkredite und ich kann das natürlich auch unterstreichen. Das Schwierige ist natürlich, was man heute bei der Ausmacht, ich habe eine Finanzgeschichte, hat mir das Finanzamt, ich habe da mal von der OMV eine Entschädigungszollung gekriegt und das war für mich schon erschreckend. Nach sechs Jahren kommt das Finanzamt her und schreibt mir eine Zahlung vor, wo ich mich nicht ausgekennt habe, aber ich habe Gott sei Dank, Gott sei Dank, einen kennt, der was ich da auskennt habe. Ich weiß, was ich freundlich hatte, ich habe was freundlich auskennen. Und der Finanzamt, das will ich dazu sagen, hat mir eigentlich nicht das gesagt, was ich gebraucht hätte. Der hat nur gesagt, ich muss das zahlen und Frau Bernstein-Berotter, endlich wieder eine andere Organisation und wenn ich den Fremden nicht gehabt hätte, der was man das gemacht hätte, hätte ich in Verhältnissen viel gekriegt gezahlt, wo sie ihren Gesetzestext ausgesucht hat, wo ich dann das nicht gezahlt habe gebraucht. Und mit dem, siehe ich, haben viel zu kämpfen, wo jetzt zum Beispiel der Einheitswerte angepasst worden ist, weil halt irgendwer was erfunden hat, wo man halt mehr zahlt, was aber nicht nachvollziehbar ist und da wo es vielen Bauern schlecht geht, weil die sagen, ich kann bald meine Sozialversicherung nicht mehr zahlen von dem, was ich verdiene. Ja, das ist natürlich ein Horrorszenario für diese Menschen, die in diesem Bereich sind. Ich gehe aber zurück, weil du gesagt hast, du hast nach sechs Jahren eine Finanzamtzahlung machen müssen. Der Grund dieser Zahlung war, weil eine Gasleitung gebaut worden ist, für den Grund, die haben nach und dort den Grund verändert, aufgearbeitet und damit der Bauer, wer da durch einen Schaden hat, kriegt er dann eine Entschädigungszahlung von dem, was du durchgegraben hast. So, du hast jetzt in diesem Zeitraum und du hast keine Ernte nichts gehabt, doch dann ist die Entschädigungszahlung bei so ausgerechnet worden und die hast du dann gekriegt und nach Seltsam kommt sie hinein zum Plan und sagt, mein lieber Freund, du hast du ein Geld gekriegt, das ist in deinem Verdienst dazu und du musst nachher brennen. Das war es, die mischen nachher mit, weil du eigentlich ja, keinen Verdienst nicht gehabt hast, aber weil du dir noch ein Geld geben, weil das eine Geldleistung ist, hat das für dich natürlich Nachteile gehabt. Na sicher, weil ich erst einmal habe ich mich da sehr kümmern müssen darum, was du jetzt wirklich die wollen und was da angeht und in Wirklichkeit war dann für Entschädigungszahlung braucht man keine Einnahme, nicht zahlen und das wollen Entschädigungszahlen und keine Einnahme und da muss man halt beim Finanzamt sich aufpassen, wo man halt sieht, sie wollen natürlich Geld, weil wir Steuern zahlen dürfen und müssen und da denke ich mir, der Bauern sollte ausgehen mit der Natur, sollte wissen, wann er anbaut, was er anbaut und sollte noch Marketing auch machen und das sehe ich einfach, das wird zu viel. Na ja, ein Bauern ist von der Früh bis auf die Nacht beschäftigt mit dem, was er produziert, damit das alles gesund bleibt, damit das funktionieren. Jetzt muss er sich mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzen, was andere schaffen, damit die Geld verdienen, was aber nicht seine Welt ist. Jetzt muss er das lernen, er ist ja zu rissen. Auf alle Fälle und das Ganze ist halt, was mir auffällt, ein anderer Berufskollegen auch natürlich, hat er dann so viel zum Toll. Ich merke es ja bei mir auch gut, dass ich ein paar gerade Leute kenne, sage ich mal, die, die, die mir da geholfen haben, du weißt gar nicht mehr, wohin und vorne ist, weil die wollen das, die wollen das, die wollen das, nach was sollst du dir richten und dann brauchst du Maschinen, dass es schneller geht und da bist du einfach in den Hamsterrand drinnen, was du dann bald gar nicht mehr weißt, wohin und vorne ist und wie du es dann zum Schnee bringst. So, jetzt können wir uns hingemacht, das heißt, jetzt sind wir schon auf, ne? Weil, mit dem sitzen wir ja da und wir wollen ja was verbessern für die Menschen, die was denn sie Nahrung haben, für die Menschen, was die Nahrung produzieren, was immer das ist und gut und die eine Frage, was du gesagt hast, wo ist die Frage drinnen, die, geh wieder hier jetzt direkt, was ist das für Scheiß, dass die Bauern, damit sie Geld kriegen, zu bestimmten Zeiten nur mähen oder ocken dürfen oder nicht mehr ocken dürfen, was steht da dahinter, weil wir haben ja letztens geredet, dass man gesagt, das hast du gar nicht gewusst und jetzt weißt du es so vor allem, weil es halt wo warst und du halt Dachl gefragt hast. Ja, natürlich, folgendes habe ich einen landwirtschaftlichen Facharbeiter nachgemacht, weil ich auch Mechaniker gelernt habe, weil mir Maschinen immer interessiert haben und der Foto hat gesagt, der ist schon lange gestammt, 20 Jahre, und der hat gesagt, der hat rechts keine Finger nicht gehabt und der hat das nicht ansehen können, weil er so viel reparieren lassen müssen hat. Jetzt haben wir den normalen Beruf gelernt, Gott sei Dank, dass man die Brüder auch kennt und die Landwirtschaft immer nebenbei mit Brüdern halt so gut wie es möglich waren gemacht hat. Und dann habe ich die Landwirtschaft zur Schule gemacht und dann ist ein Deckungsbeitrag einmal ein Vierer gekommen zum Behandeln, Ausrechnen und ich bin 16 in so eine Mäderischung gefahren und dann fragt man so, was sind die Preise heuer, weiß man nicht, weiß man nicht, soll und, weil ich früh dann so, die Bauern, die kanzlernden Maschinen und die müssen da Geld haben und ich muss jetzt schon sagen, ein Bauer weiß nicht, was nächstes Jahr was kostet, aber er muss, im Herbst muss er anbauen für die nächste Ernte und weiß noch nicht einen konkreten Preis, so ungefähr einen Weltmarktpreis, weiß man, aber das kann sich verändern, weil was in 8, 9 Monaten ist, das weiß keiner, aber er muss bestellen, das Geld, dass er weiß, was das ist und das ist dann das, wo ich dann auch zum Finanzamt hinzugehen und sage, ob die einen Deckungsbeitrag ausrechnen können und sagt, das ist sicher und dann habe ich gesagt zu ihm, warum, wird dann so viel Steuern verlangt und da muss ich sagen, da hat es die Bauern schon wahr, weil die Pachtpreise zahlen, wo sie nicht mehr wirtschaftsbar sind und jetzt ist der Hund, wo es ist, dann gibt es eine Biogasanlage, die zahlt dann über den regulären Pachtpreis, was gar nicht mehr wirtschaftsbar ist, weil die aber auch Strom haben und ein Wärmeverkauf verkündet oder nicht oder halt sonst was und wo dann die Bauern ist, schleimkämend und wo die Industrie dann Grundkraft und Preise, was nimmer real zum Erwirtschaften ist, in der Nachwirtschaft und das ist dann, wo Uli Schleiner käme. ein Bruch zu der Termine von Mauer und von Ocken. Ja, es gibt natürlich ein ÖPUL, das wird von einem halt, was ist das? ÖPUL, das nennt sie eine Maßnahme. Und das ist, das ÖPUL ist halt für das da, man muss das, oder man darf das einholen, aber man geht wie von einem. Aber ohne einem geht es halt leider nimmer. Weil das ist halt so gemacht worden, dass das halt so ist, wie der Herr Van der Bellen gesagt hat, Arbeitsplätze schaffen und die müssen erhalten werden, dass man dann auf die Kammer hin darf, da darf man dann den Umdruck angeben, die bearbeiten das, weil die Leute können sie ja nicht so aus, die Bauern mit den ganzen Geschichten, weil da, wenn du das Macher willst, dann musst du dich sehr intensiv beschäftigen und wer macht dann die Arbeit? Wie kannst du das dann finanzieren? Du musst da dann noch Arbeit täuschen oder wie geht das dann? Also wie kann man das nicht leisten? Jetzt hat man dann wiederwählen und dann geht man dann hin und dann tut man alles schon klären. Mit Bauern kann man einmal Bio-Kontrollstuhl, dass das auch die Vorschriften eingeholt sind, Papier, Auszeichnungen und die ganzen Geschichten und dann ist aber dann noch das Wetter her, wenn du einmal siehst, einmal sie ringen und du kannst aber in der Landwirtschaft nur großteils arbeiten, wenn sie schön ist oder wenn sie trocken ist. Und da sind so viele Faktoren, wo du das Wetter berücksichtigen musst, was ja andere Leute tun, weil wenn der im Büro sitzt, ob sie ringt oder schreibt oder sonst was, ist ja völlig wurscht, weil der kann immer seinen Computer bedienen und das ist aber das Geld in der Landwirtschaft nicht. Was war jetzt für Kritikpunkt von dieser Ammer, damit du eine Maßnahme erfüllt hast, wo du Geld kriegst oder wo, du hast mal was gesagt, von Sauerstoff zum Beispiel oder von Wiesenmann, ob 15. Juni oder Juli darf man erst eine bestimmte Wiesenmann, weil da irgendwas auch wieder weggefallen hat. Das ist ja so, ich habe ja keine Graufutterverzehrer mehr, das heißt keine Rinder mehr. Ich verkaufe das Heu. Gott sei Dank kauft es noch mehr, weil das wird ja immer schwieriger. Das heißt, die, die Milch betreiben, die sind auf Leistung getrillt, weil der muss ja viel Liter verkaufen, weil der Preis so tief ist. Das heißt, wenn der später mahlt, hat er keine so eine gute Eiweiß, da ist nicht so viel Eiweißgehalt drinnen in den Vorderen, wenn er später mahlt. Natürlich, die Ammer macht es so, der, was später mahlt, kriegt man Geld. So, du kriegst das Geld, wenn du den Termin einhältst, aber du verdienst nicht mehr Geld mit der Milch. Das ist jetzt eine schwierige Sache, weil du was machst. Das ist wieder, ich sehe, du könntest planen, aber der Termin ist da nicht da. Ich habe ja auch noch nicht gehängt, um habe ich auch Zeit. Man tut natürlich auch es ja zwei weiter, ich denke mir, es ist super schön, aber ich kann nicht mahnen, aber ich weiß nicht, was in 14 Tagen viel Wider ist, das kann ich ja nicht sagen. Der Termin ist dann fix, da kann ich dann mahnen, aber wie es Wider ist, das weiß ich nicht. Und das ist das Schwierige, wo die Bauern dann kämpfen, auf der anderen Seite brauchst du Geld, aber auf der anderen Seite weiß ich weder, weil du heute jetzt geschehen war, weil du nicht weißt, was in 14 Tagen ist. Also mit einem Wort, die Arme ist dazu da, damit der Bauer wieder der Natur wirtschaftet zugunsten der Arme und das, was die Förderungen hergeben. Ja, auch, aber man muss auch sagen, die Arme ist schon dazu da, weil zum Beispiel die Maßnahmen, wenn du jetzt zum Beispiel für das Hektar um 50 Euro mehr kriegst, was du später mahst, ist ja natürlich der Naturkohlfahrer, weil die Insekten, ich habe jetzt im Fernsehen, ich schaue mal viele landwirtschaftliche Berichte, die Insekten einfach können sie mehr holen, weil das Grosjahr länger steht, weil die Industrialisierung ist ja Fluch und Segen, das muss man schon dazu sagen, weil ich fahre gerne mit neigen Zeigern von der Landwirtschaft, weil man einfach weitergeht und macht einen Spaß. Aber frierst du sein Hest das nicht dauert, weil es die Maschinen nicht gegeben hat, da hast du einfach gar nicht, das machen können, weil es nicht gegangen war. Das mit den öden Maschinen und den Mähbeckern, da hast du nicht, in der Zeit das machen können, weil das ist nicht gegangen. Gut, ich kann mich auch noch erinnern, wenn wir in die Strommandel und auf die Heyshow wo ein paar die Kleddinger da, wo der Kled gemacht worden ist, wo wir unten durchgegreift sind, das war ja für uns ein wunderbares Spielwesen, wenn wir es heute ansehen, das ist ja alles nicht mehr da, man hat auch diesen Heugeruch nicht mehr, man hat auch diesen Wettergeruch nicht mehr in diesem Sinn drinnen, das ist alles weg, das ist natürlich, ja, hm. und das Ganze ist halt so, wann halt, da sind ein paar Faktoren, das Wetter ist einmal ganz ausschlaggebend für den Bauern, egal ob es schön regnet oder schneit, sonst irgendetwas, du bist einfach abhängig von Wetter, da kannst du eh was für, dann ist das nächste, das Geld mit den Armen, du brauchst das, weil von einem Deckungsbeitrag in konventioneller Landwirtschaft den Getreidebau pro Hektar 30 Euro bleibt, wie willst du dann einen Traktor um 500.000 Kaffer, also bleibt dir nichts anderes übrig, als dass du die arme Förderung nimmst, wenn du nicht wo eine andere Einnahme hast, und ich muss jetzt schon sagen, ich kenne kein Unternehmen außer den Bauern, die was arbeiten gehen und stecken das Geld in die Wirtschaft, dass die Wirtschaft rent, kauft von Arbeitergeld einen Traktor, das er wirtschaften kann, also in Wirklichkeit ist das genau alles passiert so. Und dann funktioniert aber die Industrie, weil der kann einen Traktor bauen, weil der Bauer den Traktor kauft, nicht von Milchgeld, sondern von der Arbeitergeld. Und das ist sehr seltsam, muss ich sagen, weil ich kenne keinen Unternehmen, der was woanders da nur ein Unternehmen hat, dass er das finanzieren kann. Oh, diese Lachhof, du hast doch schon gesagt, das ist ja krank. Aber wer hat diese Krankheit geschaffen? Ja, ich denke mal, das war die Politik, weil die Bauern haben nicht gesagt, man brauche einen Rahmen. Also da kann man darüber nachdenken, liebe Politiker, wenn sie seine Krankheit erschafft, die was im Bauern dazu zwingt, dass er arbeiten gehen muss, dass er mit dem Arbeitsgeld die Landwirtschaft erhalten kann, und wenn er das nicht ist, wenn er krank ist, oder wenn alles anderen ist, runtergefallen wird, die Landwirtschaft, er immer mehr arbeiten muss, damit er das erhalten kann, dann werden diese Gründe weg sein, ob das gewollt ist für andere Konzerne, oder wie immer. Nehmen wir mal hier so ein Beispiel, du hast ja Bekannte, die was Kunstungen kaufen im Frühjahr. Hat der da schon was eignommen, oder noch nicht? Nein, aber da ich ja die Ernten habe, da ich ja schon 16 Saisonen Trischer gefahren bin, also mit Trischen, Ernten im Sommer, da macht man sich halt ein Bild, weil man trisst ja oft die Söben bauen, dann kennt man schon diese Föder, und dann hört man, du, Hei, hat es nicht so gepasst, weil der Sound war nichts, oder zu viel gekriegt hat, oder zu wenig war es so gut, warum hast du dann ausgesagt, nein, sonst kriege ich ja gar nichts. Und das ist das teuflische Spiel wieder. Wenn man das ausrechnet von konventionellen Landwirtschaft, auf eine Bio-Landwirtschaft, dann wird es halt eng, weil einfach man sieht, die Kostenrechnung passiert auch so, der Bauer ist gewöhnt, dass er kauft und investiert, und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Das macht auch das Unternehmen nicht. Da schaut einmal, was schaut aus, und das machen wir. und das ist das, wo ich sehe, dass viele bäume wirtschaften, die sind halt nur froh, dass Grund und Boden am Haus bleibt und das ergeht. Und das sind genau die Sachen, wo man dann mit dem Finanzamt zu tun hat, weil die sagen, du hast was eingenommen, von wo ist das Geld her, oder viel und noch gar nicht so wissen, was da angeht, wo ich dann jetzt weit, weil mir das wieder fallen ist, mit anderen reden und sagen dann lieber die Bauern, ich zahle das, dass ich meine Ruhe habe. Ich will meine Ruhe haben und dann sollen sie das haben, weil da kommt ja Nummer vier kommen und das sind dann die Steuerprüfungen oder da hört man dann nicht viel und wie es jetzt den Deutschen haben einen Bericht gezeigt da war 30 kleine Melkerin ich weiß nicht mehr genau wie groß der Betrieb war wo eine Melkerin ist da muss ich schon dementsprechend sehen und der Bau hat gesagt ich kann mir das nicht mehr leisten mit 31 Cent Milch weil er muss 36 gekriegen aber es wird so viel gesagt das kann man gar nicht nachvollziehen weil ich war sogar von die Studion her kommen weil aus der einen Seite spielen so viele Betriebe zu und dann haben wir zu viel ich verstehe das einfach gar nicht mehr und das ist eine ganze Zeit auch und jeden Tag 22 Hektar Grund in Österreich verbaut werden und ist noch immer zu viel da wo ist das dann das verstehe ich nicht weil die Hektar was man von Hektar ernten kann von Getreide die steigt nicht mehr die kann nicht mehr steigen weil man ist am end ja ist besser als schlechter gehen wir zurück auf das der bauer gibt bevor irgendwas machen muss Geld aus ja wie viel das kommt drauf an wo sollte ein Sehnen ermessen wo er klappt weil das weiß ich noch nicht wo er sagt das muss ich hinstrahlen an Kunst dass das wächst weil die Ernte ist dann wenn man trischt und da weißt nicht hat viel geringt und viel rent dann ist natürlich aber dann ist der Preis unten ich kann mich noch gut erinnern vorhin ich habe getruschen mein bester Weizen war Eckenburg 9000 Kilo am Hektar habe zu dem Verwalter gesagt das war ein Gutsbetrieb sage wenn vergesst du das hast überhaupt schon es vergesst oder gesagt du nein weil ich habe noch verfolgen was der Weltmarktpreis ist sage ich habe in Kunstdinger was gekauft und du hast genau gewusst was er kostet hat er gesagt ja ich verstehe das nicht warum man was gekauft weil ich das nicht vergesst habe dann kasse ich einen Dünger wo ich das gar nicht weiß ob ich verkaufen kann das ist für mich einfach viel bauen zu machen sagen ja das machen die EU die jama die lobeisler der großkonzern für die getreidehändler wo die bauern wirklich mal hinbringen wir schauen mal was wir kriegen du hast mal eine Anzahlung und wenn es passt kriegst du mehr und wenn nicht dann warst das wir haben natürlich jetzt nur mal zehn minuten und was ist deine intensive Botschaft an den Menschen unabhängig ob Bauern unabhängig ob Arbeiter unabhängig ob Regierung unabhängig von den wirtschaftstrebenden und den Menschen was sagen ja ich kann nichts machen in der Welt es sollte sich was verändern aber ich kann nichts machen weil sie das ja so denken aber du Partie ist ja so du musst irgendetwas machen wenn es geht nicht du kannst nicht warten bis das ist weg also hast du bestimmte Lebenserfahrung aus der Natur aus um diesen den Betrieb zu erhalten wie du übernommen hast auch zu verbessern und schauen damit du nicht runter fahrst so wie unsere Politik unseren Staat runter fahrt das Volk mit runter fahrt und dann dazu verdunert weniger kriegen mehr arbeiten und das Geld geht weg was ist die intensive Botschaft und was ist dein Rezept womöglich dazu dass die Menschen die sagen ich kann ja nichts tun dass die auch wissen dass was tun können was hat mir natürlich abfällt ist durch meine langjährige drescher zeit die füder die füder sind einfach ein wahnsinn weil ich sehe speziell im Wald viel es ist nichts zusammengelegt du fährst viel auf der straße wo viel diesel auf der straße bleibt und nichts geschehen ist und vor allem weil ich das gelernt vom Deckungsbeitrag wir brauchen keine Riesenfelder nicht wie Norddeutschel und alles muss man schon sagen es gibt von stott das kann ich auch sagen weil ich ein gründer von kommersieren bin das heißt von stott werden 70% zahlt für gründe zusammenlegen neuch vermessen neuche wegen machen und da wird 70% gefördert und da ist der größte Streit bei den Bauern weil der ohne den anderen nichts verkommt dass der angeschickt hat und wo dann ein riesen ding ist wo ich sage von system kriegst du geld für das das system ausschaut das heißt du kannst nicht mehr streiten wegen die grundgrenzen weil das ist vermessen und dann steigt kein rechtsanwalt nicht ein weil es vom Staat vermessen ist und das ist 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 halt gemacht und ich kann beobachten die Ortschaften die massiert sind wirtschaftlich alle besser drauf weil einfach das Geschick der gemacht worden ist und der Zusammenhalt von den Bauern ist halt in manchen Ortschaften ist ganz super und in die anderen ist wieder katastrophal das sieht man wie Medrisch fährt der ist groß der ist breit dass was geht und in Wirklichkeit fahren wir nur auf den Weng spazieren weil man nicht hinfahren kann weil keine Wege nicht sind weil nichts angepasstes der heiligen Maschinenlogge dafür und da sieht man einfach dass die ich habe auch keinen Hof wo es rund ums Haus ist aber der wo es alles rund ums Haus hat der weiß gar nicht was er hat und dann ist das nächste die Vermarktung die Bauern kaufen sie nichts an untereinander das ist auch das schlimme das sehe ich bei uns in einer Art da wird Müchengeschäft gekauft und der kauft auch ein Geschäft und der andere verkauft sie irgendwo hin wieder und da wird untereinander nichts gekauft und das ist auch wo kein Zusammenhalt nicht ist das sieht man ganz viele Ortschaften die bauen auch nur nebeneinander und haben den Grund aber sie machen ganz wenig miteinander es gibt immer nur ein und da müssen sie von einer anderen Ortschaft wieder die andere Ortschaft vernetzen dass die was miteinander machen weil die im Dorf so weiß ich nicht leide geizig sonstwo das ist das fällt mir sehr auf aber das ist das ist sicher ein großes Manker wo die Leute nicht in einen schulern springen sind die Bauern also jetzt spreche die bist du gierig oder sind die anderen gierig oder sind die Bauern nicht gierig ja ich würde das von mir gar nicht so sagen weil das kann ich nicht so beurteilen weil selber sagt man ich bin nicht gierig und dann sagt der andere du bist gierig also ich denke mal es soll ich kann das nicht von mir behaupten weil das kannst Friednis wo sagt okay mit den kleinen wo ich das gibt oder ich kann von den Maschinen ausleihen und ich muss man das nicht kaufen das ist das wo die Leute schauen auf die anderen und weil es auf die anderen nicht schaut haben sie selber nichts das ist was mir auffällt dann werden dann so viele Maschinen gekauft also schön die bauen nur Geld und wenn auf dein scheiße geht den dort wo man das dann nicht mehr nachvollziehen kann Martin du hast weise Worte gehört du hast nichts gesagt von der Gere sondern du hast gesprochen von Respekt und Akzeptanz der anderen gegenüber und hast das den Menschen mit respektiert das was du hat nehmt sie das aber dass er der eigenen Ortschaft ist und akzeptiert das und geht nicht weit weit fort und kauft was von Ausland geben sondern respektiert das was da ist das gefällt mir wir haben nicht mehr viel Zeit dafür möchte ich jetzt eins anbringen der Martin Weisinger ist ein junger Biobauer ein ehrgeiziger Biobauer und er hat kein so große Landwirtschaft jetzt ist es wichtig dass er diese Landwirtschaft ganz einfach gezielter bewusster wirtschaften tut und natürlich ist das eine Aufgabe dass er sie informiert wir kommunizieren er ist bei verschiedenen Vereinen dabei Natur und Wissen macht viel Austausch und er hat heute mit einer Möglichkeit gestartet gestartet kann man sagen den Menschen sein Wissen preiszugeben das heißt du hast riesiges Wissen das weiß ich natürlich und man kann dir nicht in einer Stunde oder drei vier Stunden alles mitteilen aber ich bitte natürlich in denen Interesse die Möglichkeit für Vorträge dass du ähnlich Vorträge möchtest gegen einen Unkosten beträgt wo deine Fortkosten und deine Unkosten gedeckt sind und deinen Menschen mitteilst wie die Sachlage ist und dass du riesiges Wissen hast Naturwissen und Wirtschaftswissen weil dein Leben dein Landwirtschaft hängt davon ja das ist natürlich und was hat mir natürlich auch ein Unliegen ist die Leute zünder nichts in Wirklichkeit wie man so schön sagt der Politiker redet viel aber sagt nichts und das fällt mir auch auf weil vielleicht hängt das mit meinem Beruf zu weil ich mich auch nicht gelernt habe ich habe schon so viel erlebt bei den Metrischen fahren oder etc. beim Auto weil das drum nicht funktioniert und du musst das zusammen unter Berufskollegen Bauern oder Mechaniker wir können das machen dass das geht du erfährst so wein und das ist das mühselige du fährst irgendwo dumm und dann sagt der ein Wort und dann probierst das aus weil du denkst vielleicht ist das und dann geht es halt und dann sagen die anderen das haben eh gewusst aber gesagt haben sie es nicht und das ist genau das schwierige was nicht noch unterbauen ist sondern auch andere Leute ich sage mal ich bei den Leuten alles will ich aber ich will natürlich auch profitieren aber weil das die anderen nicht machen das funktioniert hat das so schwierig und da ist das weil die Leute kein Wissen nicht preisgeben weil er kann mich durchschauen darum kommt mir vier oder dass dann viel nichts preisgeben gut deine intensive Botschaft das sind die Schlussworte von dir und ich möchte mich dann recht herzlich bedanken für das dass du die Zeit genommen hast und 100 Kilometer quasi da gefahren bist um eine Stunde zu sprechen Menschen etwas mitzuteilen recht herzlichen Dank für Radio Oki Talk auch von den Zuhörern die was zuhören und ich wünsche dir einen super Betrieb der was in deinen Interessen aufgebaut wird weil ich weiß deine Fleischqualität was du hast von deinen Bierschwendel es ist ein delikatess das Fleisch alles also das ist ohne Stress gefüttert sehr empfehlenswert und ich wünsche dir natürlich auch im Interesse aller Menschen dass das aufgeht was wir brauchen weil du bist ja der gesunde viele Menschen die was gesundes gutes Fleisch brauchen und wir tun Hei oder das mögliche wenn man das kauft in diesem Sinne bedanke ich mich und deine Schlussworte in kurzform und wir geben das Mikro dann ja ich bedanke mich auch dass ich da sein gehen habe und ein paar Worte sagen ich habe und was mir ganz wichtig ist die Leute sollen wirklich ehrlich sagen was das Problem ist nur dann kannst du es lösen wenn das nicht ist gibt es keine Lösung und das ist das was mir auch gefällt dass das die Leute nicht machen das ist das aller wichtigste schönen Dank ja ok hallo jetzt ich hoffe euch hat der Film der Vortrag mit dem Franz Leopold gefallen wie dem Martin weil es mir den Biombauern ein paar interessante Fragen stellt ich hoffe ich habe vielleicht echt Ideen und schreibt das unten unter die Kommentare sodass Martin Bauen nicht nur ihnen geholfen ist sondern wie Rausgert hätte doch auch der ganzen Region und der Natur geholfen ist weil eben wer macht die freien Felder offen wenn nicht irgendwelche Tiere essen oder und so weiter ich bin ja kein Experte ich gebe euch einfach ein schönes Portal und auch die Eltern und alle was da angesprochen worden sind wie gesagt es nicht von meiner Seite aus nichts anklagen ich komme echt nicht aus vielleicht irren sie sich irgendwo diese her und können sie mir helfen aber schauen wir mal wie es wird und wo wieder bei kommt die fahr mit dabei und auch wieder vielleicht an so schön ein aus Salzburg das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatzel veranstaltet veranstaltet in Rudolf Bemers Oldtimer Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Flindenmark 2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020